Ich bin ein bisschen schuld für dein Team. Da ist er jetzt in deiner Position. Bewege deinen Hitler. Angriffsfreigabe für alle Teams. Ach, sind sie natürlich ohnehin immer geschoben. Da ist er. Hier ist noch eine Kiste. Ich komme mal zu euch. Ah. Ja, kannst du ja auch ruhig daneben. Ich bräuchte noch Geld. Ich habe noch 1,5. Robert, gibst du mir noch ein bisschen Geld für eine Munitionskiste? Ja. Warte. Legst du vor den Job hin. Ach, da haben wir Taschen. Oh, reicht noch nicht. 100 für mir immer noch. Äh, hier. Wer hat das eigentlich? Hat das jetzt? Okay. Hat jemand dafür Verwendung? Ich weiß halt nicht, ob sie da sind. Oh, gehen wir mal gucken. Oh, das ist jetzt ein bisschen Geld. Nee. Hier waren sie doch noch nicht. Was ist das? ich bin hier hinten noch beim schocken 2 angeblich die laufen über klar hier finde ich jetzt eine munitionskiste ist logisch im eckgebäude hier k.o. oben auf dem dach immer im eckgebäude drin hat leider wirklich nischt auf nahkampf kill ist nicht bestätigt ich seh den auch nicht mehr hm ok du scheiß kiste ey oh hier landet einer ich mit der pistole hier ich kann eigentlich nur ein paar punkte machen indem ich ein bisschen was wahrscheinlich sammeln ich habe 10.500 ich müsste eigentlich mal ein job äh oder ich teile mal ein bisschen geld auf was legt er mir denn jetzt mein geld noch hin was soll ich holen ja, was soll ich jetzt damit du bist beschossen lass mal das geld auf teilen ich gehe mal ein bisschen nach hier hin da hinten ist einer hinter dem truck ist der noch hinter dem truck ja, wesentlich ach, den hinteren truck ich habe nicht zu hoch gerannt blau hat er gerade markiert ah, der rennt da hinten ja, ich hatte ein paar hits aber leider nicht ko ah, dahinter ist einer ein ko oh, ich bin total gestunt ah, da ist er oh, dahinter shield break in der hüte drin hab ich natürlich nicht den K, der hat sich wieder belebt die Hure der würde in dem tunnel hier du bist ein bastard bist du betäubung geworfen ne, nicht betäubt, okay K, die Ziele aktualisiert weiter zum nächsten Standort oh, ich habe einen shield break ober oh, der kommt jetzt hier hoch du bist hier die Steps auf jeden Fall die Steps auf jeden Fall ich habe halt keine Scheiternahkampfkaffe, ne wir müssen hier irgendwie hoch ah, Sniper da hinten am anderen Ende warum treffe ich denn nix da ist mein nächstes Opfer da ist mein nächstes Opfer da ist mein nächstes Opfer K.O. hier hin sehr gut ich glaube ein okay tatsächlich aber ich glaube auch schon wieder verkehrt verlust hier vor uns der ist hier der ist hier der ist in der Ecke der ist versteckt Schieperchen? ja, ich dachte der ist hier in die Duschen gesprungen die Union ich brauche nur zwei Platten anlegen das ist natürlich nicht ach, da hinten war einer wer auch immer hier alles abgeräumt hat können sie noch hier sein wer auch immer hier alles abgeräumt hat können sie noch hier sein die sind oben ne, da sind die Unions man könnte hier oben noch hin und an der Seite raus gucken erstmal Robert das können wir erstmal machen die sind halt auf dem Dach ich bin mir sicher dass die oben sind meinst du? mhm weil oben wurden noch Leute angezeigt vorhin bei der Drohne ich habe halt keine Maske an leider wir könnten aber auch vom Dach springen und hier auf dem Dach landen das ist halt die Gefahr dass die uns in der Luft holen das ist die Frage wo halt die Leute hier alle sind aber sind sie schon alle könnten wir machen komplett riskiert man ja ich bin da na unter uns ist eh ne ja hier noch einer oh ja ach haben wir gewonnen achso ach so geil ach so geil ich hab mit so Paketverlust macht das keinen Spaß ne schieß du kannst halt nicht reagieren ne klar ach vielleicht ist das der in der neuen Wohnung dann besser hoffentlich ist ja nur hier ist ja nur hier also bei wir haben ja sonst die Probleme mit dem Internet irgendwie so wenn wir alle paar Server irgendwie bäh seit dem letzten Update vermehrt aber nochmal schauen seit dem letzten Update bricht das auch öfter mal ab also wenn man eine neue Runde machen will und so weiter mhm so ist dann halt immer so ein Stück weit die Hemden wisst du naja klar du kannst draußen schon nicht so rein das ist ein bisschen wögerisch ey eigentlich wäre gut die Trocken mit der M4 die waren natürlich down muss man sagen